3. Wir spielen immer noch die Ark, wie man sie auch nennen mag. Und wir spielen Nuketown und mein Batterie... Oh, ich hab nicht meine zurückgeworfen, ups. Äh, sondern die vom Gegner, meine ich. Da war doch gerade einer. Oh, ne, doch nicht. Ja, in der letzten Folge hab ich die Ark des Tarnung freigeschaltet und... Zwischen der letzten Folge und der jetzigen ist kein Match dazwischengekommen. Also von daher bin ich immer noch Level 7. Aber natürlich werde ich nicht immer aufnehmen. Das wird sich dann irgendwann auch mal ändern. Zack. Zack. Ja, scheiße. Ja, und ich hab Nuketown auch schon mal gespielt. Mit Jade zusammen. Da haben wir, ah, was Spezielles aufgenommen. Mehr will ich da gar nicht spoilern. Ist auf jeden Fall witzig gewesen. Von was bin ich denn jetzt bitte gestorben? Ah, ich wurde einfach erschossen. Okay, gut. Ja, und ich finde, die Map ist richtig gut gemacht. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Okay, ich bin hier noch drinnen. Oh mein Gott, hab ich wieder erschrocken. Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Wir sind hart am Verlieren. Ich bin gerade auch reingejoint erst. Also, falls die Folge zu kurz wird. Zack. Nein, ich wurde gesichtet. Wurde gesichtet. Scheiße. Scheiße. Egal, Level 8 mit der KN-44. Mit der ARC. Und Level 8. Sensenabschuss. Geil. Mensch, hier läuft's ja. Mir macht das Spiel immer noch Spaß. So wie bei der Beta halt auch. Nur halt jetzt noch mehr, weil halt noch mehr Maps und alles. Ihr wisst ja. Oh, scheiße. Die haben alle schon so abgefahrene Tarnungen. Wahrscheinlich ist es echt von diesem Schwarzmark-Ding. Und da ich ja noch keine 10 Kryptos habe, kann ich ja noch nichts davon machen. Ich bin noch nicht mal Level 10. Leider, leider. Vergiss es. Wo war der denn jetzt? Ich hab den gar nicht gesehen. Also wirklich gar nicht. Nein, ich hab die Fleck da in Tarnung. Jetzt schon? Wow. Das ging ja schnell. Das waren jetzt schon 10 Headshots? Oder waren es immer noch 5? Ich weiß nicht. Aber wir können in der nächsten Folge schon die nächste Tarnung nehmen. Nein, er ist noch nicht tot. Ach man. Das war bestimmt die Granate. Nee, doch nicht. Ach so. Durch zwei dicke Wände durch. Warum nicht? Ich glaube, ich sollte mal wieder das normale Visier nehmen. Jawohl, immer in einen Abschuss gemacht. Mein Gott. Hallo, warum rennt der nicht mehr? Ah, jetzt rennt er wieder. Hä? Verbündete Teller von Operationen. Scheiße. So. Nein. Also gerade hat mein Controller ein bisschen gespackt. Also entweder war das der Controller. Der rennt nicht mehr bis... Der rennt nicht mehr und endlich lang. Was ist denn jetzt los? Nein. Nein. Ach man. Ach man. Ach man. Komm schon, ey. Das gibt es doch gar nicht. Jetzt verlieren wir B? Oh man. Na gut, dann müssen wir mal eingreifen, wa? Ich habe den gesehen und habe nicht drauf geschossen. Verdammt. Oh man. Okay, der ist schon tot. Huiuiui. Ich nehme B mit ein. Komm schon. Ja. Ich habe es geschafft. Doppelabschuss. Verbündete Drohne nähert sich. Scheiße. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Oh fuck. Ach kacke. Oh, der hatte anscheinend irgendwas ausgerüstet. Ist das eine Hure. Ich hasse Spawn Camper. Wir verlieren B. So. Eine Laterabschussung. Fotze, ey. Oh, ich habe eine Drohne benutzt. Ich döde. Von wem ich da immer auch gestorben bin. Warum ist das B schon wieder deren, ey? Alter, was sind das denn für kranke Typen teilweise? Ach so, der hat mir instant einen Headshot verpasst. Ja, klar. Warum auch nicht. Muss ja so sein. Da, fick dich. Komm schon. Ich habe jetzt mal gewechselt, weil... Ja, eingenommen. Nein. Nein. B wird wieder. B wird wieder. B wird wieder. Wäre geil, wenn jetzt dadurch gestorben wäre. Oh, der hat auch diese Elite-Tarnung, sage ich jetzt mal. Die habe ich auch. Oh, ich war der letzte Kill, natürlich. Das muss ja sein. Und ich wurde übrigens letzte Runde gar nicht von der ICR gekillt, sondern von der HVK. Das steht ja oben in der Ecke sogar. Habe ich nicht gesehen. Der sieht ja abgefahren aus. Alter. Okay. Cooler Helm. Allgemein coole Rüstung. Sogar mit Tarnung. Nicht schlecht. 18 Kills. Ist auch nicht schlecht. Da ist schon einer Prestige 1. Jo, herzlichen Glückwunsch, wa? Janik, Biest. Alter, 61 Kills, ey. Naja. Ich bin es nicht. Ich bin nicht 61 Kills, würde ich. Aber solange ich Spaß daran habe, ist es mir auch, ehrlich gesagt, vollkommen egal. Gut, dann war es das wieder für die Folge. Auch wenn wir reingejoint sind, es war lang genug, glaube ich. Ich weiß jetzt zwar nicht wie lange. Aber ich bin der Meinung, doch... Erstmal geile Musik. Und sogar Level 9. Das war cool. Gleitschutz oder... Gleitschutz auf... What the fuck? Gleitschutz auf... Gleitschutz auf Nuketorn. Das stelle ich mir total beschissen vor. Ah ja. Wer es braucht? Ich nicht. Klasse, nee. Thor ist noch irgendwas Neues. Ja, extra 2. Haben wir auch was Neues. Guck einer an Aufgespülter. Das ist auch kacke. Und Punkteserien haben wir jetzt. Die Schwebeladung, ja. Das ist mir auch egal. Gut. Wir sehen uns zum nächsten Part. Von Let's Battle Call of Duty Black Ops 3. Na, ich würde schon wieder sagen Beta. Mann. Es ist nicht mehr die Beta. Ah, ich glaube, ich werde mich nie dran gewöhnen. Ich glaube es echt nicht. So, wie viel Level gibt es denn noch überhaupt? Hier geht es bis Level 18. Wow. 18 Waffenstufen, das ist echt nicht schlecht. Das ist wirklich... Das ist echt eine Menge. Gut. Haut rein. Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. hotel.